Da sind sie wieder, die alten Feindbilder. Kurz nach den Ausschreitungen von Charlottesville spukte er wieder rum in der öffentlichen Diskussion. Der Begriff Bürgerkrieg. So wie wir die Konfrontation hatten 1860, also kurz vor Ausbruch des amerikanischen Bürgerkrieges, ist diese Gesellschaft zurzeit nicht. Was wir erleben werden, das ist natürlich tragisch genug, aufgrund der neuen Präsidentschaft von Trump, dass ein Klima geschaffen worden ist, dass diese French-Gruppen sich jetzt wesentlich mehr herauswagen und solche Symbole, wie wir in Charlottesville gesehen haben, wie Robert E. Lee jetzt benutzen. Zum ersten Mal im Grunde genommen in einer nationalen Dimension benutzen, um ihre rassistischen und auch nationalistischen Phänomene nach vorne zu bringen. We are the revolution! Denkmäler der Konföderation werden beschädigt, entfernt. Doch der Präsident verteidigt sie als schön und als Teil der Kultur. Welche Statue soll als nächstes entfernt werden, fragt Trump. Das Aufstellen dieser Statuen, wir haben hier insgesamt 1500 konföderierte Statuen insgesamt, hatten natürlich eine ganz starke symbolische Kraft. Immer wenn es darum ging, das weiße Vorherrschaftsdenken herauszufordern, wurde gleichzeitig von den weißen Eliten dafür gesorgt, dass die Erinnerung an den intakten alten Süden immer wieder in den Vordergrund gestellt wurde. Und das ist jetzt mal ganz wichtig für das Verständnis. Diese weißen Eliten haben es immer wieder gut verstanden, die Unterschichten, die weißen, ungebildeten Unterschichten für ihre Ziele einzuspannen. Diese altbewährte Strategie scheint offenbar auch heute gut zu funktionieren. Die Bürgerrechtsorganisation Southern Poverty Law Center dokumentiert heute 917 aktive rechte Hassgruppen. Unter dem schwarzen Präsidenten Obama war die Zahl zwischenzeitlich auf 1002 gestiegen. Diese 917 hategroups sind in sich zerstritten. Sie haben kein gemeinsames ideologisches Momentum, obwohl die Alt-Right-Bewegung dafür sorgen könnte. Aber dazu sehe ich nicht die Chancen, weil wir glücklicherweise in den Vereinigten Staaten immer wieder Gegenbewegungen der Bürgerrechtsgruppierung haben. Der Präsident antwortet mit Lippenbekenntnissen. Unser Land wird bald einig sein, twittert Trump nach den jüngsten Protesten. Wie das mit der Einigung funktionieren soll, hat Trump bisher nicht erklärt.